und herzlich willkommen zurück im start zum rubbel zwischendurch während der pause dass mir ganz ja wir haben ein händen rennen los man glaubt es nicht ein händen rennen los ja ich habe eine verkaufsstelle gefunden hat er hat noch ein paar man glaubt es nicht die serie ist ja schon lang ausgelaufen oder was wir schon lang ausverkauft aber der hat noch händen rennen löslein ist das schön und heute noch mal einen ganz schönen chicken spaß und ich weiß nicht wann wir gold suchen werden noch ziemlich gefroren draußen also schneller geht da nicht wenn man muss warten bis der bogen die frau aufgetaucht ist also das kann ich mit der schaufel gar nicht mal reinstechen hilft so und dann spiel 1 wir suchen die chickens mit der wunderschönen münze und suchen fleißig hennen chicken 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 die chicken sind einfach mal durchgelaufen so wer findet man ja noch mehr chicken wir fangen an chicken chicken ach stopp 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 aber nicht weiter rum hier vielleicht spiel nummer drei chicken 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 machen mini güte spiel nummer fünf wir versuchen die hände bis zum schloss spielen immer natürlich schon gewonnen chicken 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 increased uu uuuke sind durch das los ist ja darin gute das ist sehr viel gewinne hat und deswegen schön mal sehr gerne so was haben wir denn nicht gewonnen die sechs euro die 50.000 schade und die 25 auf jeden fall hat sind mir im plus die frage ist halt wie viel was kann man sind die alles gewinnt ist sex ist nicht mehr drin die 25 das ist mein rad spiel spielen was haben wir hier drinnen sex ist nicht mehr drin die drei kann drin sein 9 kann drin sein die 15 25 die haben wir schon oder ja also 25 und die sechs sind auf jeden fall nicht mehr drin höchstwahrscheinlich heißt es können die neun und die drei drin sein wenn 12 euro wäre aber wieder nicht möglich es könnten aber neun und sechstens haben es könnten aber auch ja gute frage was könnten sonst noch drin sein zwei mal drei könnten auch drin sind oder einmal 6 und einmal drei gucken wir mal auf jeden fall die 3 ist drin und haben wir hier noch mal die drei das war fast zu erwarten schwierig schwierig nur zwei hits aber schön wir haben bloß mit diesen händen rengel los gemacht und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wenn es heißt mir schürfen gold oder auch irgend was anderes ja bis zum nächsten mal die die